Ohne Jazz ist das Leben ein Fehler, sagte Der französische Schriftsteller und Jazzmusiker Boris Vian Und damit guten Abend, verehrte Hörerinnen und Hörer, liebe Seherinnen und Seher Aus dem Kulturzentrum Alte Kaffee Rösterei in Plauen Wir beginnen diese neuerliche Phase evidenzbasierter nächtlicher Ausgangsbeschränkungen Mit einem Jazzkonzert live gespielt und live gestreamt zu euch Und wir sind stolz und froh, die Formation VINET bei uns begrüßen zu dürfen Der Gitarrist Werner Neumann, der Organist Steffen Greisiger und der Schlagzeuger Tom Friedrich Entgrenzen durch Feinfühligkeit und explosive Spielfreude abermals den Jazz Ihr könnt euch auf ein großartiges Konzert freuen Und dieses Konzert ist durchaus als Release-Konzert für ihr Debütalbum, welches im März erschien, zu verstehen Dieses Debütalbum mit dem Titel Neue Heimat ist von euch natürlich käuflich zu erwerben Entsprechende Informationen findet ihr auf der Internetseite www.wernerneumann.com Oder auf der Facebook-Seite der Gruppe VINET Auch unser Kulturzentrum Alte Kaffee Rösterei benötigt Spenden, um das vielfältige Streaming-Angebot aufrecht zu erhalten Ihr könnt also quasi als Eintritt für dieses Konzert Spenden oder Fördermitgliedschaften abschließen Die Infos dazu findet ihr auf unserer Internetseite www.altekaffee-rösterei.de oder in den Infos auf Twitch Sehr verehrte Damen und Herren, wir wünschen eine gute Reise mit VINET Und wir wünschen eine gute Reise mit VINET Und wir wünschen eine gute Reise mit VINET Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Amen. 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 Spreche ich hier rein? Ist das richtig? Christian? Daumen hoch. Ja, danke. Nicht so viel Applaus. Wir können uns ja gar nicht... Ja, schön, dass ihr alle da seid und uns zuhört und zuguckt. Tom Friedrich am Schlagzeug. Jetzt kommt normalerweise Tosenapplaus. Frauenunterhosen fliegen auf die Bühne. Oder nur eine. Steffen Kreisiger an der Kimmes Orgel. An der Orgel. Genau. Das ist meine Band WeNet und wir freuen uns heute Abend hier in Plauen in der alten Rösterei spielen zu dürfen. Das ist fantastisch. Vielen Dank an das ganze Team. Und genau. Das erste Stück war von unserem Debütalbum Neue Heimat. Und jetzt spielen wir ein Stück, das nennt sich Movement No. 4. Movement No. 4. Und das ist von der Grundidee geklaut von Igor Stravinsky. Aber nur so ein bisschen. Es geht so. 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 Musik 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 Vielen Dank. 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 Dankeschön. Ja, ihr dürft klatschen. Warum denn nicht? Es sei denn, es gefällt euch nicht, dann dürft ihr natürlich trotzdem klatschen. Okay, dankeschön. Das ist unser zweites Stück, Movement No. 4, inspiriert von einer, ach je, ein Teil einer Klaviersonate von Igor Stravinsky. explicitly, für zwei Klavier, für die , das ist der Ayi, für zwei Klavier界, für zwei Klavier, für zwei Klavier. Und wir feiern so ein bisschen unsere neue Heimat. Das ist Leipzig, für uns alle drei eine neue Heimat. Wir sind alle drei nicht gebürzige Leipziger, aber fühlen uns da unfassbar heimisch. Stimmt's, Steffen? Steffen liegt mir im Kopf. Dann muss das so stimmen. Trotzdem gibt es da so Augenblicke, wo man denkt, also ich bin zwar sehr heimisch hier, ich fühle mich sehr wohl, aber ich bin gar nicht von hier. Und deswegen heißt der nächste Song Not From Here. Das war schön, oder? Das war schön, oder? Das war schön. Das war schön. Das war schön. Das war schön, oder? 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 Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Aber nur fünf Minuten und dann geht's direkt weiter. Aber jetzt spielen wir noch einen Song, auch von unserer CD, Who the Fuck is the Radiohead? Bis zum nächsten Mal. 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 Steffen Kreisiger. Ihr seid total lieb, dass ihr euch so Mühe gebt. Kann sein, dass die Pause ein bisschen länger gedauert hat. Wir haben hier ganz ganz viele tolle... zu den Kameras für den Livestream haben wir noch ganz andere Kameras dabei. Es gibt ein kleines Kamerateam aus Leipzig, die drehen einen kleinen Dokumentarfilm über Leipziger Jazzmusiker und dann gibt es ein MDR Kamerateam, die drehen für den Sachsenspiegel, habe ich gehört. Und das ist wunderbar. Diese Aufmerksamkeit freut uns natürlich super und ja, vielen Dank an euch alle, die ihr hier dabei seid und so ein bisschen mitfeiert. Wir spielen noch drei schnelle Songs, damit es nicht so lange dauert heute. Samstagabend ist ja schon weit vorangeschritten. Ich bin ein großer Fan gewesen und bin es immer noch der Band Led Zeppelin und habe die sogar noch kurz bevor es sie nicht mehr gab, habe ich sie noch mal hören dürfen als Kid. Und bin gar nicht so abgefahren auf die Virtuosität des Gitarristen, sondern vielmehr auf das Songwriting. Und es gibt wunderbare Songs, die Jimmy Page geschrieben hat. Einer davon ist Rain Song und den wollen wir jetzt spielen. Wir haben gar nicht so viel verändert, nur so ein bisschen am Takt. Genau, Rain Song in sieben. Müll. Müll Amen. 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 Alright, dankeschön, dankeschön. Das war ein Tom Friedrich am Schlagzeug. Steffen Kreisiger an der Orgel. Mein Name ist Werner Neumann, das war die Band WeNet aus Leipzig. Wir bedanken uns ganz, 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 ganz doll und herzlich bei den beiden Kamerateams aus Leipzig und aus Dresden. Und natürlich noch viel herzlicher, wenn das so geht, beim Rösterei, bei der Kaffee-Rösterei-Team. Allen voran dem Christian und dem Dirk und die anderen Namen habe ich leider vergessen. Und ich bedanke mich besonders bei der Steff, die das hier organisiert oder eingetütet hat. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Habe ich jedenfalls vergessen, das tut mir dann total leid. Hole ich dann beim nächsten Gig nach. Wir spielen noch ein Stück und das nennt sich So That's auch auf unserer Platte. Normalerweise ist das ein Stück, wo ich akustische Gitarre spiele, die habe ich nicht dabei, weil... Zu faul. Aber normalerweise würde nämlich der Steffen auch Akkordeon spielen. Und hat er auch nicht dabei. Also ist eigentlich Steffen schuld. Aber wir spielen es trotzdem. So That. Dankeschön fürs Zuhören und bis bald. Wow. 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 Das war's. 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 Vielen Dank.